Hi, ich bin Pia von Camper. Wir sind hier auf der MECAM in Mailand. Ich zeige euch den Ecoalf Kooperation mit Camper. Unser Modell Curb, ein mehr Contemporary Modell als in dieser Saison, wo wir auch schon eine Zusammenarbeit mit Ecoalf im Markt haben. Ecoalf ist ein nachhaltiges Brand aus Spanien, die aus recyceltem Materialien aus der See in verschiedenen Zentren auf den Plastikmüll aus dem Ozean fischen und daraus neue Stoffe machen. In dem Fall hier Nylon im Obermaterial, auch die Senkel sind aus recyceltem Nylon und das Innen des Lining ist auch aus recyceltem Polyester. Das Besondere an dem Schuh ist, dass er trotzdem, auch die Sohle aus recyceltem Materialien zu 51 Prozent, sehr flexibel ist und einen sehr guten Abrieb hat und außerdem die extra leichte Technologie hat, das heißt, der Schuh wiegt praktisch nichts. Könnt ihr den Schuh auch bei uns im Showroom in Berlin oder in Düsseldorf anschauen oder auch in unserem digitalen Showroom bei The Brand Show TV.